Hallo zusammen, hier ist wieder Otschela und heute bin ich wieder für euch in Battlefest oder unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Chiefment Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg, geprellt und geschlagen. Und für diesen müssen wir die rastlose Gabal im Tegel der Stürme auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem mindestens 10 leeren Geschosse gleichzeitig aktiv waren. Heißt, die müssen nicht beim Kill aktiv sein, sondern irgendwann einmal in einem Kampf müssen diese 10 leeren Geschosse aktiv sein. Und was sind diese leeren Geschosse? Und zwar seht ihr diese lila Kreise, die hier überall aufploppen, explodieren und dann weiterspringen. Mit dieser Mechanik ist es quasi so, es erscheint erst ein großer lila Kreis, wenn der nicht gesockt wird, dann erscheint ein kleinerer, also ein mittelgroßer lila Kreis. Und wenn der ebenfalls nicht gesockt wird, dann kommt ein kleiner wieder raus und dann fängt die ganze Sache wieder von vorne an. Heißt, normalerweise, wenn man den Kampf spielt, will man diese Dinger soaken, weil sonst hat man immer mehr Kreise und irgendwann muss man nur noch weglaufen vor den Dingern. Normalerweise saugt man die quasi, wenn sie klein sind, wenig Schaden verursachen und dann kann man nach und nach diese Kreise wegschaffen. Wir haben den Kampf hier so gespielt, dass wir bis beide Bosse auf 25% sind, den Kampf ganz normal spielen. Heißt, alle 25% ist es ja so, dass ein Boss dementsprechend eines von diesen Waffen soakt, dann Special-Fähigkeiten hat und man Sonderphasen spielen muss. Das spielen wir ganz normal runter, soaken die Dinger auch am Ende. Und wenn beide Bosse auf unter 25% sind, heißt, diese ganzen Phasen durch sind, ziehen wir die Bosse zusammen und cleaveen da quasi drauf. Und dort ist es dann so, dass wir die Bosse rumziehen, sodass wir keine von den Kreisen mehr soaken, bis wir 10 Stück haben. Und sobald wir die 10 hatten, haben wir die Bosse umgehauen. Das Achievement wird da auch weiß. Also ihr seht auch, wenn ihr quasi die 10 gleichzeitig aktiv hattet und dann könnt ihr den Boss umhauen. Die 10 müssen nicht gleichzeitig aktiv sein, während die Bosse tötet. Also sprich, ihr müsst diese Voraussetzungen abschließen und könnt dann den Boss umhauen. Ist ein sehr einfaches Achievement. Sollte man aber vielleicht mit einer Gruppe machen, die das auch weiß, dass ihr das Achievement machen wollt. Weil, ja, diese Kreise sind sehr leicht gesorgt und wenn die klein sind, dann ist es ja eigentlich auch kein Stress. Und man macht es ja auch richtig, wenn man sie soaken würde. Deswegen sollte man dahingehend ein bisschen schauen, dass man sich mit einer Gruppe abspricht. Im Gegensatz zum zweiten Achievement, was beim Endboss ist, das ist ein Personal Achievement. Das könnt ihr theoretisch auch in einer Random Gruppe machen, die jetzt nicht unbedingt auf das Achievement aus ist. Das war es von dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.